Willkommen zu einer neuen Session von Herr der Ringe. Schlacht im Mittelerde. So, wir wollen ja noch die restlichen Karten quasi spielen. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Ist ja gut. So, Volt. Mehr Ruhstoffe. Der Volt ist das nördlichste Teilgebiet Rohans. Viele Zeitalter lang lebte kaum jemand in dieser verlassenen Gegend. Besiegt alle Truppen des Bösen. Lagern wir hier. Zahlen Sie Kabel. So, haben wir noch jemanden, der jetzt rausgeflogen ist? Sieht nicht so aus. Okay. Wir müssen wachsam bleiben. Hauen wir die erstmal hier wieder vorne rein. Leise. Was macht ihr denn hier? Bleibt in Deckung. Aufpassen. Hallo. Bleibt zusammen. Der Feind ist nicht fern. Was macht ihr da? Na gut, egal. Ihr werdet sehen. Meine Helden, baller ich mal gleich vor die Tür. Ich werde euch bis zum Ende begleiten. Wie sollen sie kommen? Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor. Wir sind Krieger des Auenlandes. Halte die Augen offen. Bleibt in Deckung. Der Feind ist nicht fern. Der Feind ist nicht fern. Seid vorsichtig. Leise jetzt. Weise. Leise jetzt. Das Gehöft ist fertig. Leise jetzt. Leise. Leise jetzt. Wiederholt euch nicht. Halte die Augen offen. Bleibt zusammen. Weitläufer. Vorwärts. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das Gehöft ist fertig. Pfeile bereit machen. Hinterlasst keine Spuren. Oh, haben wir noch ein Team. Nö. Ritter. Schwerter. Männer Gondors. Seid wachsam, Männer. Bogenschützen vorrücken. Okay. Was bauen wir denn das so? Ich würde jetzt eigentlich gerne den Marktplatz. Ah, können wir uns noch nicht leisten. 1,5. 2,5. Ja, ich würde jetzt mal mit dem Team. Dann holen wir mal Gondor wieder auf sein Pferd. 3,5. 4,5. 2,5. 6,5. 3,5. 1,5. 2,5. 1,5. 1,5. Flieg, Schattenfeld! Ich werde sie in Schach halten! Der Feind kommt über uns! Zurück! Flieg, Schattenfeld! Flieg, Schattenfeld! Hey, unsere Feinde! Sie sind ihr! Flieg, Schattenfeld! Diese kommen hier aus der Richtung. Der Feind ist unter uns, Männer! Und ich habe den Träumer nicht gestartet. Oh, nee, nicht schon wieder. Wir haben mit der Ernte begonnen. Unsere Truppen werden angegriffen! 1-5 Ich komme schon. Bleib zusammen! Ich muss die Helden eh ein bisschen offleveln eigentlich. Und unsere Truppen werden angegriffen! Das Eisenerz ist da! Sehr schön. Ja, keine Gnade. Das ist richtig. Für euch gibt es keine Gnade. Ihr Feind ist unter uns, Männer! Ja! 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 das gehört sich warum oder ich noch ins die greifen an ich werde sie ihn haben ein neues gehöpft sag mal du sollst hier raus flieg schattenfeld wir müssen kämpfen beim blute gondors zumal Und tschüss Leute Oh, ist noch hier was Ah, okay, das Ding Wir haben ein neues Gehöft Hey, unsere Feinde, sie sind hier Das Gehöft ist fertig Der Feind wird stärker So, und gucken wir mal, der oben Ob da ein Lager ist Reitet Unsere Feinde haben das Land besetzt Flieg, Schattenfeld Flieg, Schattenfeld Flieg, Schattenfeld Möller, Rohanzt Möller, Rohanzt Die sind bloß abhauen hier mit ihren Scheiß Mutig voran Vorwärts Ich ging an hier Mutig voran Auf, auf Reitet Schnell Reitet Brechen wir auf Ja Ja Feuer Lasst keine Namen leben Das Feind entkommt Durchbruch Wir werden angegriffen Wir werden aus Lassen wir aus Da sind sie Holt eure Waffen Zieht eure Waffen So, da errichten wir jetzt Silberen vorposten, ey Hops, ich kann hier Türme bauen Wir müssen rasch handeln Wir werden angegriffen Haltet die Stellung Zurück Schnell Wir müssen bereit sein Flieg, Schattenfeld Wir kommen zu spät Sie haben das Gebiet zu Recht besetzt Wir treiben sie zurück in den Tag Oh, jetzt kommen sie mit großen Waffen an Der Feind ist hier Wir brauchen mehr Platz Wir müssen sie aufhalten Wir brauchen mehr Platz Wir müssen sie aufhalten Wir schlagen uns zu Unsere Truppen werden angegriffen Schenkelds Na, bist du wohl Dann machst du den Trump mit Der Feind ist unter uns Männer Das gibt's doch gar nicht Und immer wieder nur ein Turm Zieht eure Waffen Zieht eure Waffen Macht euch kampfbereit Männer Gondors Formiert euch Ritter Vernichtet sie Verdammt Hört mir zu Für dich ist in dieser Welt Kein Platz Vernichtet sie Formiert euch Ritter Weiter Auf Kennt kein Erwarmen Schnell Wir müssen kämpfen Zurück Flieg Schattenfeld Wieso kann ich das nicht angreifen Ja, jetzt Treibt sie zurück in den Schatten Wir gehen uns immer an diesen Tag Flieg Wow, das ging ja doch etwas schneller als gedacht Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen Ich überlege gerade, ob wir jetzt mal das andere Heer benutzen Damit wir das auch vielleicht ein bisschen aufleveln Andererseits haben wir da keine so viele Helden Die Länder Mittelerdes müssen gerettet werden Ah, bleiben wir erstmal hier in der Ecke Von den Hügeln der Emün Arnen sieht man den Anduin und die weiße Stadt Minas Tirith Nicht zuletzt deshalb ist das Gebiet von großer strategischer Bedeutung Besiegt alle Truppen Mordos Okay, dann lass mich doch mal Arbeiten Zack Ah, die haben ja keine Schmiede weiter Wir haben ein neues Gehöft Das Gehöft ist fertig Wir werden unseren Mut beweisen Oh, hier Sammelt euch im Lager Wir werden siegen Wir müssen unser Land verteidigen Die Heerschau soll beginnen Ich fürchte weder Tod noch Schmerz So, Stellung Rüstkümmer Die brauche ich erstmal, um zu sehen, ob hier alle aufgelevelt sind Mut, Mut für unsere Freunde Reiter der Rittermark Wir sollten irgendwas machen Der Schießstand ist bereit Noch ein Haus Und da können wir hier den Schießstand bauen für 300 Wir können die Stallungen jetzt nutzen Dies ist unsere Stunde Folgt mir Verteiligt dieses neues Gehöft Ja Vorwärts Vereilen wir uns Ich werde mir die Umgebung abklappern Wir reiten Der Schießstand ist bereit Folgt mir Siedlung Verteiligt dieses Land Verteiligt dieses Land Vereilen wir uns So Verteilig So, dann machen wir erstmal den Folgenpois hin, spitze wieder gemächt, bis dann!